so schönen guten morgen dass ihr da seid an diesem neuen tag ja vielleicht habt ihr uns gestern nicht hier gesehen ich habe euch auch gestern nicht dort gesehen wo wie ich war aber ja wir haben uns vermisst ihr habt uns vermisst aber ganz sicher wir hatten jemand der mit uns dort war und mit euch hier in der gemeinde war ja unser gott jesus war mit uns ist immer da mit uns über jeden ort wo wir uns befinden seine gegenseit ist auch und wir danken gott dafür ich bitte zum start danke vater dass du dass du unser unser guter vater ist dass unser was du da bist wo wir sind oder oder ja immer nur unser seite stehst und ich danke dir für das wort was wir immer von dir bekommen danke dass das lebendige wasser dass das brot nahrung das uns stark macht und das bitte ich dass das heute auch so sein soll gib uns das was wir brauchen in diesem neuen tag in jesu namen ja wie gesagt wir waren gestern nicht da und unsere jährliche gemeinde freizeit hatten ja und das war eine schöne zeit und ich bin sicher dass das auch ein schöner gottesdienst hier war für die die hier in münchen noch waren ja gott hat uns gesegnet da wo wir uns da wo wir waren ja und so ist gott ist überall da und er segnet uns er möchte uns segnen alle in alle orte dieser welt überall wo wir sein wort verkündigen oder wo eins oder zwei die schwister in seinem namen versammelt sind er ist auch er ist dabei und er freut sich er freut sich immer dafür ja und ja wir haben diese freizeit und da war ein jemand der nicht so oft in der freizeit war oder vielleicht das erste mal ja dann freizeit denkt man das ist ein ort wo wir viel freie zeit haben ja und dann sagt er aber hier ist das gegenteil ja wir haben ja nur zeit zum aufstehen zeit zum frühstücken zeit zum gottesdienst dann wieder zeit zum essen zeit arbeit essen zeit zum anderen gottesdienst zu gehen ja und so hat er ein kleiner scherz er hat sich wir haben uns gefreut ja trotzdem hatten wir viel zeit mit mit gemeinschaft mit anderen zu haben hatten wir durften wir mit anderen zusammen sport machen wollen ich bin zum beispiel ja fußball da durften schwimmen gehen an den gegen wandern wir haben viele möglichkeiten hatten wir in den ort und wunderschönen ort und in der natur zu sein und natürlich war immer gemeinschaft mit geschwistern und gemeinschaft mit gott und das war eine zeit der erfrischung für uns alle dort und das ist könnte man so vielleicht eine zweite seite in heilung ja wo wir dieser zeit war ein heilmittel gegen den die schädlichen auswirkungen auswirkungen das natürliche müdigkeit die wir immer haben ja das vielleicht in den letzten monaten haben wir waren wir so beschäftigt und so viele sachen arbeit eine schule von beziehungen ja auch ein dienstlich in der gemeinde das macht unser körper ein bisschen müde manchmal aber und das dieser dieser ort diese zeit in dieser gemeinschaft das war so auszugleichen damit wir wieder kraft bekommen und weiter zu gehen in unserem leben ja wir sollen nicht stehen weil wir soll immer weiter vorwärts gehen und wir waren auch sehr gesegnet mit die predigten von unseren pastor daniel friesen dort oder also wie pastor theodor sagt sein sohn er wollte immer schon ein ein schauspieler seiner action film schauspieler sein und er wollte auch ein pastor sein und so hat er uns unser action pastor genannt ja und einige dabei die dabei waren die werden jetzt vielleicht noch ein wochenende brauchen um sich zu wiederholen ja wegen die ganze intensität der stil der predigt von von pastor daniel ja er bewegt sich und läuft hin und her und das ist was ganz interessantes aber sehr gesegnet wurden wir alle in dieser zeit er war ein segen und da wo gottes wort gepredigt ist dann bekommen wir diesen segen und auch ein frühgebet hatten wir dort er wurde nicht übertragen deswegen kann ich es ein bisschen bringen dass was gestern dort auch der pastor uns gebracht hat das fand ich sehr interessant dieses teil dieses ohr geschichte von von jesus haben wir noch gar nicht gelesen dann machen wir es jetzt matthäus 17 von 1 bis 5 da sehen die jünger jesus in der herrlichkeit ja und die sind da begeistert und dann lesen wir zusammen matthäus 17 vers 1 sechs tage später namen jesus namen jesus dann petrus jacobus und dessen bruder johannes mit auf den hohen berg auf einen hohen berg und sie waren dort ganz allein und da wurde jesus vor ihren augen verwandelt sein gesicht leuchtete wie die sonne und seine kleider strahlten hell dann erschien plötzlich mose und elia und redeten mit jesus petrus rief hierher her wie gut dass wir hier sind wenn du willst werde ich hier drei hüten bauen eine für dich eine für mose eine für dir und noch während er redete hüllte sie eine leuchtende wolke ein und aus der wolke hörten sie eine stimme dies ist mein geliebter sohn über den ich mich von herzen freue auf ihn sollt ihr hören ja jesus gottes sohn auf ihm sollen wir hören petrus war so begeistert dass er wollte dort über ganz was schnell was solche zelten bauen damit sie dort bleiben ja wir bleiben hier weil es hier so gut ist und wie oft wollen wir auch da sein oder weiter länger bleiben im ort wo es uns gut geht wo es wo wir gott ja diese gegenwart gottes so stark ist und das ist gut wenn wir uns freuen mit gott zu sein aber so wie gott hier gleich petrus war begeistert von alles was da passierte aber gott kam gleich zum punkt hier und sagte jesus ja es ist mein sohn und jesus ist immer jesus steht immer im mittelpunkt des geschehens in unserem leben auch in dieser situation auf jesus sollen wir müssen wir schauen unsere aufmerksamkeit muss jesus gelten ja er seine stimme sollen wir hören auf ihm sollen wir ihm sollen sie folgen das was er sagt das sollten wir auch tun ja elia mose waren da das waren vorbildliche männer gottes die immer gottreu waren schwierigkeiten im leben hatten aber trotzdem waren sie da und gott brach sie diese beide männer dort zu jesus in diesem moment und das war wirklich ein kann ich mir vorstellen dass das wirklich wunderschön war diese 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 die hat diese männer da zu sehen was alles diese ja wie jesus dort äh plötzlich so hell war und ja wunderschön starke moment und äh in diesem ort auf dem sie sich aufhinten war auch nur für eine bestimmte zeit ja jesus nahm sie dann gleich wieder runter und äh zum zum normales leben ja und das wird nicht immer so sein dass jeden tag dieses großes äh äh geschehen passieren wird in unserem leben aber das ist schön wenn sowas passiert in unserem leben und diese zeit sollten wir auch nutzen und äh so war es auch wie eine gemeindefreizeit ist etwas ähnliches ja es ist nicht was jedes wochenende passiert es findet nicht jeden wochenende statt aber das ist diese wenn wir diese zeit haben diese kurze zeit drei tage waren es und das sind waren so starke tage und da sollen wir uns nicht vergessen das ist alles was gott was jesus für uns dort in dieser zeit getan hat und diese gemeinschaft mit anderen brüdern schwestern sein ja getrennt von der welt von allen dingen was hier passieren alle nachrichten alles schlimmes alles gutes auch was wir äh gibt ja in dieser welt aber wir waren dort getrennt und wir waren unter geschwister und und gottes gott gott war dort gott war auch hier er ist überall wo wir christen uns versammeln und äh aber unsere anstrengungen sollen auf den montag konzentriert sein ja da wo unser normales leben weitergeht ja unser leben ist kein rückzugsort es ist sondern kann man sagen ein schlachtfeld ja jeden tag haben wir kämpfe und wir sollen vorbereitet sein das war so wichtig diese zeit diese gemeinschaft dieser ort und sonntag jahr gottesdienst ist nur ein ort wo wir uns dann wieder zusammen finden für uns versammeln uns treffen um mit andere gemeinschaft zu haben wieder und um unsere kämpfe zu teilen und unsere siege zu erzählen und sagen wie gott gut war diese ganze woche und vertrauen hat mich geholfen und das erbaut uns und das macht uns wieder stark dass wir wieder eine neue woche starten und mit diese kraft gottes kraft gehen und diese freizeit war kann man sagen so ein trainingszentrum für uns ein ort wo wir wohl wieder erneut wurden wieder hergestellt wurden wo wunden vielleicht von einigen behandelt wurden und geheilt auch ja ein anderer aspekt von dieser geschichte in der bibel ist wo das sehr oft lesen wir dass jesus um einen berg ging in einen ort wo er getrennt war wo er sich konzentrieren konnte wo er beten konnte wo sich vorbereiten konnte für das was vor ihm noch den start finden würde und so war es auch für uns wir waren jetzt in diesem ort um uns zu vorbereiten ob ob wir das wissen oder nicht aber das war dieses war eine ausrüstungszeit für jeder einzigen von der der dort war und auch athleten haben auch diese zeit wo sie im trainingslager gehen manchmal ja und oft gehen sie in orte wo hoch gelegenen orte 2000 meter 2500 meter höher sogar über den meerspiegel und dort in dieser höhe ist die sauerstoff konzentration nicht so hoch ist gering und das ist ein schlüssel für diese methode für diese trainings art was sie dass sie da möchten durchführen ja und ich lese hier dass es eine körperliche kondition die körperliche konditionierung besteht darin dass die windestand wie fähigkeit des menschen körper zu erhöhen ja dann diese gegen zu diesem ort damit der körper gestärkt wird in dem er ja der dieser athlet in einer umgebung mit wenig sauerstoff gewohnt wird so dass der körper darauf reagiert und mehr rote blutkörbchen er produziert ja die sportler sportler führen diesen training kurz vor einem turnier durch oder kampf ja und was bei lang strecken sportarten einen erheblichen vorteil darstellt ja wenn dieser sportler in ihre normale umgebung wieder zurückkehrt und dann haben sie ein erheblicher vorteil ja das ist kein doppel das ist ein natürlicher mittel das ist nichts verboten und aber und wenn sie dann wieder zurück sind dann haben sie in diesem umgebung wieder normaler dauerstoff und da zur verfügung und der körper ist dann mit eine größere menge von von diesem blutkörper und körper und da könnten sie diesen strengen länger durchhalten ja so ist aber es auch so ist es auch für uns wenn wir in diesem ort und versammeln wo wir diese tage gemeinsam sind wo dieses intensiv mit gottesdienste diese zeit mit gott erleben da werden wir stärkt da werden da wird unser körper gestärkt damit wir wieder wenn wir zurückkommen in unseren normalen tag normale woche normalen leben da haben wir dieser vorteil dass wir unser körper vorbereitet ist er wieder stark ist um zu kämpfen und zu ja unser gar unser seel unser geist ist vorbereitet für alle schwierigkeiten alle ängste alle sorgen dass wir unser leben schon manchmal erleben und wo andere auch schwierigkeiten haben damit wir sie helfen können wenn diese diese zeit gott hat uns da sehr gesegnet und dieser segen wollen wir und das sollen wir weitergeben ja wir als christen wir helfen uns wir sind dafür für unsere bruder für unsere schwester und das ist so schön zu sehen wie gott uns immer wieder helfen möchte wie gott uns stärkt wie gott uns führt wie gott uns leitet wie gott uns immer wieder hoffnung gibt dass wir nicht alleine sind dass wir nicht schwach sind dass wir nicht schlecht sind ja er ist damit unsere seite steht und unsere seite und er gibt uns alles das was wir brauchen er ist unsere hoffnung er ist unser unsere kraft er ist unser unser beschützer ja und darauf sollen wir uns festhalten und glauben und uns konzentrieren nicht die schwierigkeiten sind da aber wir sind mit gott zusammen er ist mit uns der heilige sein heiliger geist ist in uns und er sagt uns er zeigt uns wie oder was wir tun sollen in alle situationen in unserem leben und wir sind jetzt alle oder wir sollen uns nicht nur jetzt erwarten dass nächstes jahr eine neue freizeit kommt aber wir sollen jeden tag oder jeden wochenende immer bereit sein und trainiert sein um vor gott gestärkt zu sein er ist da und in der will es immer wieder helfen helfen er wird uns diese kraft schenken und diesen willen ja weiter zu gehen mit gott er ist unser beschützer unser herr unser heiler unser retter die hoffnung die wir brauchen um zu leben amen vater wir danken dir wir danken für diesen neuen tag für diese neue woche wir danken dass du mit uns bist dass wir ausgerüstet ausgerüstet sind und für alle situationen in unserem leben in schwierige zeiten bist du da für uns und wir danken dafür wir danken dass du uns die freude schenkst dass du die die angst weg nimmst dass du uns kraft schenkst dass du immer da für uns bist danke für diese gemeinschaft dass wir haben wenn wir mit dir sind mit anderen geschwister das sind schöne zeiten und das wollen wir auch immer immer wieder machen wir brauchen es auch damit wir andere menschen siegen können und damit andere uns auch segnen unser leben sehen können und wir danken dafür dass ja diese dass du der immer bist der mittelpunkt bist jesus du bist gottes sohn gottes geliebtes sohn und zu dir wollen wir schauen zu dir wollen deine stimme wollen gehören und deine wege möchten wir gehen auch heute in diesem neuen tag in jesu namen amen